Fantastisch! dass der Android Release am 22. April stattfinden wird. Uhrzeit weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall an dem Tag haben wir jetzt die Info bekommen von den Entwicklern. Am 22. April wird Plunder Pirates für Android kommen. Also bleibt dabei bis dahin und guckt euch die anderen Videos an ganz normal weiter. Tschüss!